Aber ihr seid ein waches Publikum, das ist ja schön, das mag ich. Ein waches Publikum, da kann man mal einen schlauen Gedanken reinhauen. Das ist ja manchmal gar nicht möglich, aber hier heute Abend kann man mal philosophisch werden. Da kann man sowas sagen wie, woran erkennt man, dass die Kindheit vorbei ist? Guck, da ist Ruhe. Letztens habe ich die Show gespielt auch, habe ich gefragt, woran erkennt man, dass die Kindheit vorbei ist? Da hat so ein alter Sack von unten gerufen, wenn denn eine Badewanne kackst und sich keiner mehr freut. Nicht komplett falsch.